Ich bin jetzt gerade am Stand von Chiapa Firearms aus Italien. Ihr kennt wahrscheinlich diesen Revolver schon von meinen Seiten, von meiner Firmenseite oder von meiner Sportschützen-Webseite. Das ist der Rino 60DS, nur mit einem neuen Upgrade. Der heißt jetzt Matchmaster 60DS. Er hat neu eine Drei-Positions-Aristokrat-Visierung und einen Hawkgriff. Untertitelung des ZDF für funk, 2017